Stroppo Den hier Das wird jetzt weird, oder? Das wird weird, glaube ich Ein Kussi, außer ein Ein Tier kriegt Kein Kussi Kein Kussi Kein Kussi Kein Kussi für Uuuuut Die Wahl des Formats verstehe ich nicht No, 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 no Die Mücke Ich küsse Tiere, Tiere küsse mich Ja Wie wild, Digga, wie wild Was mücke mein blut ist meins Komt mücke eins gegen eins Nur eine schöne für dich reicht Und du fickst wie ein Stoooooo Junger, what the fuck, Alter Ganz, 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 ganz Das Ding ist, Stroppo ist ein Im Imagine, dieser Typ könnte anders heftig Musik machen, macht dann sowas Ja, true, aber Stroppo, das ist ein Vibe, Alter Der ist ein begabter Musiker Und unterhält, unterhält er einfach, weißt du Ich schwör, ich find's so geil, dass er einfach Einen Distro gegen Mücken gemacht hat, Alter Moskito War ich das? Hä? Hä? Warum ist da ein Bild von mir? Ist keinem aufgefallen, oder wie, ne? Hey Junge, what the fuck? Ne, ich hab das Video noch nicht gesehen Ich hab das schon mal erklärt Manchmal sind Videos bei mir Komm, der droht durchgelaufen Ich bin nicht der Einzige in meinem Account Ich hab zwei Cutter und noch mein Management mit im Account Ich schau nicht immer alles auf meinem Account Die sind auch manchmal mit drin, deshalb Oha Who dead? Who dead? Sayuri Et In Weggewavest Endlich kann Ju das machen, was er liebt ganz viel Rauch. Hast du die extra dafür in Cosplay gebastelt? Diese zwei Opfer, Alter. Geil. Sehr, 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 sehr wild. Sehr, sehr wild. Gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. So ist es, Leute. Merkt es euch einfach. Ich hatte sogar, er hatte mich sogar gefragt, aber ich hatte leider keine Zeit. Ich hatte leider keine Zeit. So wäre ich gerne dabei gewesen. Stroppo. Hallo, guck mal, offizielle Tiere-Pulli zum Blitz. Boah, alter Schwede. Und Mütze. Extrems geil. Und Käppi. Boah, Alter. Oh, jetzt im Stroppo-Shop. Geiles Ding, Mann. Kuss, kuss, kuss. Kuss, kuss. Grüße geht raus.